Servus Leute, willkommen bei Prost of Archerie. Aus aktuell gegebenem Anlass rund ums Coronavirus heute mal ein etwas anderes Video. Ich möchte euch heute mal diese App vorstellen. Head-to-Head Archerie. So, dann starten wir auch mal rein. Öffnen das mal. Wie ihr seht, das Ganze ist unterstützt von der World Archerie. So, und dann seid ihr auf diesem Home-Bildschirm. Kleines Manko für uns bei der ganzen Geschichte. Es gibt es auf Englisch, Französisch, Spanisch und Slowenisch, wenn ich richtig das Sloweski übersetze. Slowenisch, Slowakisch. Ja, ein bisschen schade, aber gut, ich denke mit Englisch kommt man zurecht. Es ist auch nicht so knifflig. Also ihr habt eure Settings, also eure Einstellungen. Da könnt ihr euren Namen, euren Nickname, euer Geschlecht, euren Ort und so weiter. Und eben auch die Sprache zwischen den vier verfügbaren Optionen eben einstellen. Ja, und Push-Nachrichten könnt ihr noch einstellen. Also das zu den Settings. Aktuelle Matches. Läuft jetzt gerade keins. Start New Matches wäre dann natürlich interessant. Ihr habt euer Profil, habt da einen Bogen angelegt. Also könnt ihr auch quasi, wenn ihr einen Recurve habt und einen Compound habt, da auch beide Bögen anlegen. Und kriegt dementsprechend dann auch automatisch die Gegner in der entsprechenden Klasse. Also mit dem Compound. Compound natürlich Indoor, Outdoor. Ich klicke jetzt einfach mal spaßhalber auf Indoor. Geht jetzt zwar gerade zur Neige. So, jetzt könnt ihr entweder gegen einen vorherigen Gegner, den gegen den ihr schon mal geschossen habt. Ihr könnt auch, was auch eine ganz nette Geschichte ist, ihr könnt ein historisches Match schießen. Jetzt könnt ihr bei Namen suchen. Und wenn ich jetzt beispielsweise den Herrn Hansen eingebe, den ja mit Sicherheit die meisten von uns kennen, Ja, ich sagte nur 50 Ergebnisse. Der Kerl hat halt schon ein bisschen was geschossen in seiner Karriere. Dann findet ihr jetzt Indoor-Matches von Stefan Hansen aus der letzten Zeit. Also beziehungsweise aus den letzten Jahren, wenn er auch weiter zurückgeht. Also wenn ihr sagt, hey, da hat er mal ein richtig cooles Match hingelegt. Just for fun. Schießt ihr da mal eine Runde gegen den. Also jetzt mal beispielsweise das Achtelfinal-Match aus Las Vegas. Typ Indoor mit meinem PSA Superfocus. Do you want to shoot this match? Yes. Wir schießen das Match. Genau, dann geht ihr ins Match rein. Score the Match. So. Und jetzt schießt ihr. Auf dieser Seite kommt dann automatisch die Ergebnisse, die Hansen geschossen hat in dem Match. Und auf dieser Seite könnt ihr dagegen schießen. Also wenn ihr jetzt beispielsweise, wir machen das einfach mal 10-10-10, dann wischt ihr einmal nach drüben. Genau, dann nochmal, dadurch wird es gesendet eben. Und dann seht ihr, der Kerl hat auch 130. Ja, da gibt es verschiedene Sachen, die euch jetzt vorstehen, ein Foto zu machen und so weiter. Ja, kann man auch, wenn man, glaube ich, wischt, kann man die Scheibe vom Gegner noch sehen oder so. Also da gibt es jetzt ein paar Opponent Errors, der hatte keine Fotos drin. Aber wenn er auch ein Foto gemacht hat, also ihr könnt auch nach jedem End eben ein Foto machen von eurem und der andere auch. Ihr könnt das auch, wenn ihr Matches anlegt. Ja, also wenn wir jetzt hier mal rausgehen. Machen wir mal Start New Match. Suchen uns einen Gegner. Ja, den kann man jetzt dann beliebig suchen, durch Land, durch Name und so weiter. Ja, kommen wir zurück. Und sagen wir mal, einen zufälligen Kontrahenten. Ja, nimmt jetzt beispielsweise hier James Lutz. Den kennt vielleicht auch der ein oder andere von euch. Ja, und jetzt kann man den eben herausfordern. Und dann kann man eben auch hier angeben, require picture each end, also fordere ein Bild nach jedem Durchgang. Und das anklickt, dann muss derjenige dir ein Bild schicken. Ich meine, wer online im Head-to-Head den anderen bescheißen will, der soll dann doch besser zu Hause bleiben. Ja, aber ihr seht schon, ihr könnt hier verschiedene Sachen schießen. Current Matches, das sind jetzt noch die beiden, die ich jetzt gegen den Hansen eröffnet habe. Statistik. Ja, weil dann noch alle Matches, die ihr bisher geschossen habt. Und dadurch, das ist eigentlich eine ganz nette Geschichte, wo ihr in der aktuellen Lage, die wir so haben, gegeneinander doch noch ein paar Matches schießen könnt und ein bisschen Pepp in euer Training bringen könnt. Also schaut euch das vielleicht mal an. Ihr braucht eine E-Mail-Adresse, um euch dort anzumelden. Meldet euch mit E-Mail-Adresse und einem Passwort dort an. Bekommt dann einen Code zugeschickt, den ihr dann nochmal angeben müsst. Und das war's. Also es ist eine kostenlose App. Habe jetzt auch bis jetzt nichts gefunden, was es irgendwie kostet. Ja, und ihr könnt eben, wie gesagt, Historical Match. Und dann gibt es das nette Feature auch noch. Ich habe es nämlich gefunden. Ich kann gegen mich selber schießen. Meine beiden Matches der GT Open in Straßen vom vergangenen November sind auch online. Einmal das Match gegen Brayden Galentine und dann das Match in der nächsten Runde gegen Sebastian Penault. Sind auch beide drin. So, ich kann nochmal schauen, ob ich das nochmal besser machen kann. Könnte dementsprechend natürlich auch mir die beiden anderen raussuchen. und könnte dann noch versuchen, vielleicht mein Achtelfinale besser zu gestalten, als ich das in Straßen getan habe. Mein Sechzehntelfinale werde ich kaum besser bestreiten können, als Brayden Galentine zu schlagen. Das halte ich für unwahrscheinlich. Aber ihr seht, das ist eine ganz nette Sache. Man kann sich da auch ein bisschen alleine beschäftigen, wenn man jetzt keine Leute hat, die da mitziehen. Aber ihr habt eben auch die Möglichkeit, euch über Chats und so weiter, über Facebook, einfach mal mit Leuten zusammen zu quatschen. Hey, wie schaut's denn aus? Hast du Lust? Wir schießen morgen Abend mal ein Match. Ja, ihr könnt dann ein Outdoor Match. Start New Match. Outdoor. Random Opponent. So, dann suchen wir uns mal wieder einen raus. Ihr seht, das ist alles noch sehr international. Da fehlt so ein bisschen die deutsche Beteiligung. Ja, wir nehmen hier mal den Kollegen aus Nottingham. Der wird wahrscheinlich schießen können aus Nottingham. Und könnt euch dann aussuchen, was ihr schießt. Ihr habt da verschiedene Modis, auch Yards entsprechend. Ja, wir schießen jetzt mal 50 Meter, 80er. Ja, und könnt hier dann noch eine Message dazu schreiben und könnt ihn dann eben herausfordern. Und genauso könnt ihr dann eben auch Kumpels, wenn ihr habt. Ja, ihr könnt auch hier Leute natürlich dann einladen, ja. Invite Friends. Einfach E-Mail-Adressen eingeben, Leute einladen. Hey, probiert das mal zusammen aus. Ich glaube, bei der aktuellen Lage, um diese ganze turnierfreie Zeit ein bisschen zu überbrücken und ein bisschen interessanter zu gestalten, könnte das eine tolle Sache sein. Würde mich freuen, wenn ich da vielleicht auch in der nächsten Zeit ein paar von euch sehe in dieser App. Ich denke, da können wir ein bisschen was machen und uns alle ein bisschen beschäftigen. Und selbst wenn wir nur noch alle alleine auf unseren Plätzen stehen dürfen, dann können wir doch zumindest den Stand der Technik nutzen und können uns online da entsprechend ein bisschen battlen und die ein oder andere Challenge austragen. Es wird auch so, denke ich, etwas Zeitvertreib und etwas Trainingsdruck zusammenkommen. Und ja, also finde ich eine ganz nette Sache, weil es eben eine sehr gute Plattform ist, weil ihr verschiedene Sachen auswählen könnt. Und warum nicht auch mal einen Kollegen aus den USA herausfordern beispielsweise. Also, Leute, in diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt dem Bogensport treu. Okay, ja, ich freue mich, euch vielleicht in der App zu sehen. Ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen schauen. Gibt es natürlich auch, jetzt bei mir auf dem iPad, gibt es natürlich auch für Android. Ist auch für Android kostenfrei. Ich habe es auch am Handy. Schaut es euch an. Wir sehen uns, Leute. Macht es gut. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Und bis zum nächsten Mal.